Hallo, unglaublich aber wahr, ich bin derber aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich habe hier echt Größen neben mir stehen, die ich wirklich zu Tony Hawk 1, habe ich großes Kino ohne Ende gehört, und zwar Roger und Schu und dabei ist noch DJ 6K, genau 6K, I'm sorry, ja, und die Jungs sind hier und was sie sehr gut natürlich können, ist rappen und was sie fast noch besser können, ist freestylen und Ich kling mich da mal mit ein und zeig, was guter Freestyle ist und was mäßig guter Freestyle ist. Ich hoffe, die Rollen sind verteilt. Kick it! Willst du anfangen? Wir fangen mal mit gutem Freestyle an und dann schau. Okay, in Sachen Freestyle, es gibt jetzt die dopesten der Rhymes, er hat uns damals gehört, wo war's bei Tony Hawk 1, da war er schon dabei, er ist ein Hardcore-Gamer, das hier ist Freestyle-Rap, das hier ist nicht die Nena, es ist viel zu laut, deshalb kriegen wir ein bisschen Ärger, doch am Mikrofon, ja, da werde ich zum Berserker, denn er kommt vorbei, die Leute auf der Messe, so wie Lemminge, ich bin nicht aus München, nee, nee, ich komm aus Gellige. Gib mir das Mic, Gott bedankt, es ist ein anderer dran, ich sag, hallo Tim, das ist unser Kameramann und der Hannes, der Typ, der so breit wie auch lang ist, der Roger, der natürlich seit 40 Jahren so ein Mann ist und der gespannt ist wie ein Flitzebogen, wenn du Arme haust, dann flitze sie nach oben, Roger, niemals betrogen, manche hab ich auch belogen wie der Lehrer, aber später wieder, es geht mal nicht, erklär's mir, es wird schwerer über die Jahre, weil die Haare fallen langsam immer aus, doch die Reime fallen mal ein und die Leute sind noch im Haus. Ich fühl mich so wie in nem Big Brother Container, reutsche an im Mikrofon und frag euch, was geht da, denn keiner kann mich hören, jeder kann mich nur sehen, ich seh die Leute, die in der ersten Reihe hier stehen, in der Ecke mit dem Panzer da hinten und der Wise Big Point und den ganzen Marken, die kannst du auch mal finden, doch lieber in Worte verbinden, wie ein Schneider mit nem Faden und ich weiß, Hannes, nimm ein bisschen Sessions und Seiferbeitrag, ich kann ihn nicht schlagen und ich sag jetzt nochmal, yeah, step in den Seifer, denn die Leute wollen mehr. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte, aber heute Abend bin ich wahrscheinlich voll, ne, ja, ich wollte über die Szene, mach ich nicht, aber ich hab in mir Hip-Hop-Gene, suchst du Probleme, dann hebe die Arme, ihr könnt mich nicht hören, aber egal, welche Hautfarbe oder welche Sexualität du hast, du hast es krass drauf, ja, ich hab es krass drunter, also guckt mal unter, meine Hose, ich hab mein Penis, keine Dose. Aha, aha. Okay, ich weiß, dieser Part, der war ja gar nicht idiotisch, er erklärt es hier ganz kurz, einmal anatomisch, der Unterschied zwischen Mann und Frau, es ist hier wie bei der Tagesschau, ich bin eine arme Sau, denn ich sag Leute, was ist los, rauf die Arme, sonst gibt's auf der Mütze mit die Axt die Aufblasbare, die hab ich hier gefunden, direkt hier auf diesem Tisch, die Reime, ja, die sind wie ein Fisch, sie kommen frisch, natürlich sag ich erstmal Props an ihn, hallo an Tim, er ist nicht der Kameramann, er ist das Kamerakind, das kenn ich noch von damals, das war beim Rosenthal. Oder war das irgendwo anders, ach, es ist doch so egal, also habt ihr mal Spaß, also alle Arme rauf, es sind zwei Top-MC's, heute bei den Rocket Beans, TV 1, 2, 3, ich bin leise, Roger, was ist los, hast du vielleicht auch noch ein paar Reime? Roger und Sue, die Top-MC's, direkt live und tape, direkt für Rocket Beans, was wir machen, ist gute Rap und dope Beats, und manche sagen, was wir liefern, ist es so Musik, was so Typen niemals mehr gibt, weil ich bin Unikat, Roger, Arne, Mick und der Schuster ist auch am Start, Ja. Ja. Ich weiß, die Leute so jung wie Justin Bieber, oh genau so Junge, ich hab auch noch was am Start, bitte film doch mal hier unten gerade diesen Kabelsalat, das ist ne Stolperfalle, kannst du dir die Beine brechen, jetzt film wieder nach oben, weil wir hier in Reimen sprechen. Mann, ich esse Kabelsalat, heut mit Menschenauflauf, und wenn du Finger hast, dann nimm die Hände mal rauf, ich bin kein Gangster-Sound, Liebhaber, Roger Arne, Mick und der böse Stiefvater, yeah, ich lass laufen wie ein Fluss, aber Mama verbreite ich ja den Mick auf einen Haufen Stuss, aber das ist scheißegal, weil du die Platte kaufen musst, ich weiß genau, die Jungs draußen haben drauf Lust. Ja, sie haben Lust, ja, es sind Rotsche und Schuh, wir haben's gesagt, ihr habt mit uns beiden heut ein Rendezvous, dicke Reime, ja, und jetzt kommt noch ein doper Part, ich hab schon mal gesagt, ich bin auf Urlaub da aus Novigrad und Wellen, denn das muss ich spielen, ich bin ein Wichser, denn ich sitz die ganze daheim zu Hause und spiele Witcher, mit meinem Silberschwert, der Reim ist jede Silbe wert, ich weiß, ich will, dass jeder da draußen es heut erfährt, wir machen eine Platte, die musst du dir dann kaufen, die kannst du dir vielleicht auch aus dem Internet dann saugen, aber bitte bezahl dafür, denn dafür bezahl ich meine Miete, und ich sag, ich tu das, warum, ich tu das alles nur aus Liebe und ein bisschen Kleingeld, das brauch ich in der Hosentasche, Freestyle-Raps von uns, ja, ihr sagt, die sind große Klasse, was seh ich da, ja, es ist eine Playstation 4, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Part hier grad verkapier, ja, ich seh ne Menge Bildschirme, es ist ein Monitor, ja, und das kommt dir vielleicht jetzt gerade etwas komisch vor, es sind Freestyle-Rapper, das fällt uns gerade ein, du kannst dich überzeugen, ich stink wie ein Warzenschwein. Ey, yo, die Reime, wenn wir freistehen, den anderen nicht mal einfielen, den müssen die anderen beim Gamers Draw erstmal freispielen, ich bin auf Level, Sir, Level, unendlich, und ich weiß gar genau, dass der Blumenthof mal die Band ist, und Blumenthof bei Ubisoft, da sind wir auch in Stand, aber nie drei Typen, die's machen natürlich Hilfe dran, und Sound, du weißt gar genau, dass du das brauchst, denn der Roger weiß, ich liefer den Burner, du bist gut drauf, und wenn du's nicht willst, dann hör dir dieses Part an, zieh dir das mal rein, denn so wird's niemals mehr sein, denn heute ist der beste Tag deines Lebens, und ich weiß, jeder Battlepart gegen uns war vergebens, Arme heben, haben wir schon gesagt, dreimal oder viermal, und ich weiß, dass ich mir später noch ein Bier krall, An dieser Party ist es sowas wie ein Event, und da sagt man immer Pussy links, rechts, und shake hands, und sag, ich geb dir meine Karte oder meine Nummer, und wenn du das nicht machst, mein, dann sag ich's meiner Mutter, oder meinem Vater, oder auch mal meinem Opa, dass er topft natürlich mit dieser Platte hier mal ein Showstahl, oder die Show gestohlen hat, wie Autoradios in anderen Ländern, Roger, manchmal bin ich noch ein Fremder, ich bin sowas wie ein Klempner wie der Mario, und ich weiß gar genau, ich fühl mich auf der Partyboot. Okay, wir kommen mit dem besonders sinken Rap-Reimen, wir inspirieren ihn schon zu nem Gang-Zeichen, denn das sind nette Leute dahinter den Glasscheiben, ich pusch euch alle weg, und zwar mit dem Art-Zeichen, das ist das eine Zeichen, ich mache kein Graffiti, alles was ich hab, das ist vielleicht noch ein bisschen ifni, das ist das andere Zeichen, ihr werdet alle Feuer fangen, und ich weiß ganz genau, das klingt jetzt, hört sich jetzt bescheuert an, ich bin jetzt lieber still, ich chill auf dieser Couch, weil ich jetzt eigentlich auch nur noch ein kleines Bierchen brauch, denn ich habe jetzt Pause, denn ich habe jetzt Feierabend, ich weiß ganz genau, dass wir dir alles in den Reinen sagen, alles wird verreimt, alles wird in Raps gepackt, und ich weiß ganz genau, dass ich das hier wirklich deftig mach, oder derbe, das sagen die Leute hier mal aus Hamburg, ich weiß genau, ey Mann, ich komme nicht aus Salzburg, es kommt noch einmal er, es kommt was besonders langes, und zwar körperlich gesehen, der größte ist der Hannes. Ey Mann, ihr beiden seid wirklich unglaublich, wenn ich ratte, ist es wirklich so traurig, ich glaub's selbst nicht, ich bin ein Held, nein, bin ich nicht, ich bin eher unwichtig, und ihr seid die Kings, und er auch, fette Scratches digital, oh, mein Arm ist aus Stahl, ich hab ein drittes Bein, er ist ein Pfahl, ich hab ein Muttermal, das sieht aus wie deine Mutter, egal, ich rappe halb so langsam, ja, guckt euch diesen Mann an, der hat halt nicht 25.000 Jahre Erfahrung beim Rappen, aber egal, ich werd dich trotzdem slappen, immer einfach nur dissen, das ist so einfach, ich erdrück mich mit dem Kissen, aber eigentlich bin ich eher für die Kissen-Schlacht, äh, ich geb einfach weiter, lacht, nein. Noch einen machen wir, dann sagen wir Tschüss, du fragst dich, warum mein Rap zerträgt dir dein Genick, wie die erste U-Tank-Land mit den 36 Kammern, rotsche an dem Mikrofon, auf Twitter, wo die Leute schon gespannt waren, genauso wie mein Hosen-Gummi, rotsche an dem Mikrofon, Props an meine Mutti, Props an meinen Vater und auch an meine Eltern, das ist das Gleiche, verdammter Typ rappt ja echt seltsam. Okay, wir kicken Raps, da brauchst du mich nicht so dubeln, ich kick den Reim heut direkt hier unter der Disco-Kugel, aber das war's jetzt von uns, wir sagen erstmal Tschüss, ich weiß, danach versteck ich mich da hinten im Gebüsch und gehe erstmal kissen, denn ich find keine Toilette, ich weiß ganz genau, ich häng am Mic so wie ne Klette, in der Haut des Hundes, das Haut des Hundes, das ist Fell, ich bin mit Reimen treffsicher, genau wie Wilhelm Tell, mit dem Pfeil auf den Apfel, was für ein Gebabbel, wenn ich da bin, dann weiß ich ganz genau, halt nie den Schnabel, der Schnabel, jetzt hab ich die Scheiße auch noch falsch betont, auch wenn ich rapp, ich weiß, ey, dann brennt das Mikrofon. Roger und Shulife wird direkt in den Cypher gesteckt, dann in Gamescom, München der Ort, wo wir beide herkommen, wir kennen's ein Werwort oder mein Konzept, quatsche an dem Mikro, der immer ins Mikrofon rappt, vorstellt aber nie zurück, wenn ich mal weiter mach, Roger, du weißt, ich hab gute Raps dabei gehabt, heute ist ne geile Nacht, heute ist ein geiler Abend, ich will zur Stimmung natürlich auch gut beitragen, beitragen, vertragen, war ich immer schlecken, Fünfer hab gehabt, doch der München ist die Stadt, die ich represent heute, die Second Hand, immer erste Wahl, probier das mal inside, bei jedem Fall. Okay, wir drei am Mic, six gern im Dopen Beans, es sind zwei Top-MCs, heute hier bei Rocket Beans, wir drei am Mic, ich sehe six gern im Dopen Beans, vier Top-MCs, heute hier bei Rocket Beans, yeah. Yeah, clap your fingers, am 18.9. draußen und wir sind drin, mit den Stimmen, die immer stimmen, schärfer wie klicken. Dankeschön. Hannes, yeah. Mucho Respektos, war mir eine Ehre und es war mir auch peinlich, aber egal. Es hat Spaß gemacht und zeitgleich wehgetan. Respekt, ey, 49 Milliarden Zeilen die Sekunde und ich hau eine raus. Das ist nice. Ja, was soll ich sagen, ich will am liebsten tot umfallen. Top. Ja, ne, warte noch. Ja, dankeschön. Dann bis zum nächsten Mal.